Per Aspera, dank Astra und Co. Impfunwillige hetzen gegen 1G-Pläne der Uni. Warum Demokratie und Sozialstaat zur Impfung verpflichten und was der Dichter Seneca damit zu tun hat? Jetzt im So-Wochen-Kommentar. Salzburg-StudentInnen sehnen sich nach Präsenzlehre. Für viele scheint der Leidensdruck aber immer noch nicht groß genug zu sein. Nur etwa die Hälfte aller 15- bis 34-jährigen SalzburgerInnen ist voll immunisiert. Die Erwägung einer 1G-Regelung des Unirektorats stößt derweil auf untergriffige Kritik und theatralischen Pathos. Per Aspera ad Astra. Ein lateinisches Sprichwort, das übersetzt so viel bedeutet wie durch das Raue zu den Sternen. Der leise Traum von einer besseren Zukunft in einer wenig rosigen Gegenwart also. Zugeschrieben wird das geflügelte Wort dem römischen Dichter Seneca. Astra und Seneca. Begriffe, mit denen an der Uni noch vor Monaten höchstens in der Latinistik jongliert wurde. Den bunten Garten der Orchideenfächer hat die Wortkombination jedoch spätestens seit aufbrannten der Covid-Impfdebatte hinter sich gelassen. Wechselseitige Verwünschungen, rhetorische Schlammschlachten und fragwürdige Appelle an Menschlichkeit und Rechtsstaat schwirren durch Twitter-Bubbles und Telegram-Gruppen. Die Wucht der virulenten Vakzinverweigerung bekam auch das Rektorat der Uni Salzburg zu spüren. Die Erwägung, nur noch Geimpften Zugang zu Hörsälen zu gestatten, zog Schimpf und Schande erboster EgomanInnen nach sich. Laut einer österreichweiten Umfrage ist jeder dritte, jede dritte SalzburgerInn ImpfskeptikerInn. Erster Platz im Ländervergleich gemeinsam mit dem Nachbar Oberösterreich. Ausgerechnet jene zwei Bundesländer, aus denen knapp 90 Prozent aller österreichischen StudentInnen der Uni Salzburg stammen. Dabei ist die medizinische Diagnose unzweideutig. Nur eine hohe Durchimpfungsrate schützt uns von neuerlichen Corona-Krisen. Der gemeinsamen Bewältigung vergangener Krisen verdanken wir unsere sorglose Gegenwart. Das Wirtschaftswachstum nach 1945 schuf die Gummizelle des Reichtums, in der wir unseren radikalen Individualismus bis heute ohne Rücksicht auf Verluste ausleben können. Vom Allgemeinwohl bleibt heute nur noch mein Wohl. Gemeinsamkeit weicht der Einsamkeit. Und ignorante Impfverweigerung wird sukzessive salonfähig. Unsere wartierte Wohlstandswelt aber nutzt sich ab. Klimakatastrophen, Flüchtlingskrisen, die Corona-Pandemie. Immer öfter stoßen wir mit unseren hyperkapitalistischen Ego-Köpfen gegen den harten Beton der nackten Wahrheit. Eine gemeinsame Bewältigung der Pandemie ist unsere Chance auf eine bessere Zukunft. Dafür aber müssen wir das Wir neu erfinden. Die Illusion des radikalen Individualismus täuscht darüber hinweg, dass niemand an einer öffentlichen Universität studieren, leistbare medizinische Hilfe oder auch öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen könnte, stünde das Kollektiv nicht wirtschaftlich und moralisch zusammen. ImpfgegnerInnen weigern sich, ihren Beitrag zur Stabilität des Gesundheitssystems zu leisten, belasten eben dieses Gesundheitssystem durch mangelnden Selbst- und Fremdschutz im Ernstfall aber über Gebühr. Wer aufgefangen werden will, muss auch mit auffangen. Jede und jeder, der oder die auch nur einen Funken sozialer Verantwortung verspürt, kann die Impfung nicht als Option, sondern nur als moralische Pflicht betrachten. Universitär aufgeklärte Geiste sollte dieser moralische Imperativ nicht überfordern. Nicht nur für StudentInnen ist die Impfung der erste Schritt aus der rauen Gegenwart. Per Aspera dank Astra, BioNTech, Moderna und Co. Vielen Dank.